Wissen Sie, wo die Mitte Deutschlands ist? Richtig, im Unstruth-Heinig-Kreis in Thüringen. Zentrale Lage und günstige Verkehrsanbindungen sind ideale Voraussetzungen für Unternehmen. Unsere Firmen wissen das zu schätzen. TMP produziert mit über 200 Mitarbeitern Fenster und Türen in Bad Langensalza. Unsere Kunden sind im gesamten Bundesgebiet. Wir sind die Mitte. Heinig-Konserven unterhalten eigene Anbauflächen. Das garantiert Qualität und Frische der Produkte. Wir verarbeiten heimisches Obst und Gemüse nach traditionellen Rezepten. Die Produkte schmecken unseren Kunden weltweit. Wir sind die Mitte. Die Firma Oswald in Mühlhausen vertreibt Fahrzeugersatzteile und technische Produkte in ganz Europa. Bei der Lieferung von Ersatzteilen geht es oft um Stunden. Wir sind die Mitte. Der Unstruth-Heinig-Kreis. Wir sind die Mitte.